Da bin ich wieder mit dem zweiten Teil der Engelbotschaften für die Sternzeichen Waage bis Fische. Und zwar für den Monat September. Wir beginnen mit der Waage. Ers Engel Uriel hat die erfolgende Botschaft zu sagen. Dein wahres Ich und dein Ego leben ein aneinander vorbei. Denn du möchtest eigentlich nicht so sein, wie du bist, sondern vielleicht wie dein Partner, der Freund oder Nachbar. Doch lerne dich zuerst selbst erkennen und betrachte dich etwas genauer, wer du wirklich bist. Denn du bist viel stärker, größer und liebenswerter als die andere Person, die du sein willst. Deine Devise ist, du musst dich selbst erkennen, damit du dich lieben kannst. Nun der Skorpion. Engel Babiel bringt dir folgende Botschaft. Du bist wütend. Und versuche nicht, sie zu verstehen. Gehe tief in dich hinein und rede mit deinem Zorn, indem du dich fragst, was macht mich denn so wütend und warum bin ich so erregt? Lass mich meinen Zorn verstehen. Lass mich erkennen. Schau dir deine Wut an und denk darüber nach. Warum bin ich wütend? Und dann halte Zwiesprache mit deiner Wut. Bei diesem Gespräch mit deinem Unterbewusstsein, lernst du dich besser kennen und du wirst besser verstehen. Deine Devise für September ist, spreche mit deinem Zorn oder deiner Wut, aber bekämpfe sie nicht. Dabei wirst du dich neu entdecken. Zum Schützen. Engel Adnachiel hat folgende Botschaft für dich. Sei dir einfach ein guter Freund, den du schon lange brauchst und suchst. Nimm dir nicht deinen Glauben, indem du dein größter Kritiker bist, was dich ständig zu Höchstleistungen treibt, weil du dir selbst nicht genügst. Erkenne dich einfach, was du leistest und stelle es nicht in Zweifel und Frage. Gib dir selbst den Halt, den du brauchst. Deine Devise lautet, erkenne deine Leistung und gib dir selbst den Halt, den du brauchst. Nun zum Steinbock. Erzengel Adnachiel sagt dir, weißt du, dass Singen eine magische Wirkung hat? Singe täglich und du wirst dich von allem befreien, was dir eine Last ist und dir deine Lebensfreude und deinen Unternehmungsgeist nimmt. Dein Gesang stoppt deine negativen Gedanken und befreit dich von deinen Sorgen. Deine Devise ist, singe, das baut dich auf und du hast keine unguten Gedanken. Jetzt zum Wassermann. Erzengel Gabriel hat folgende Botschaft. Du bist etwas durcheinander und unzufrieden mit deinem Leben. Schreibe dir jeden Abend einmal auf, worauf du stolz zurückblicken kannst. Über dein Verhalten, dein Wesen oder über deinen klugen Kopf. Und daneben schreibst du, was du besser machen möchtest. Und du wirst feststellen, dass die zweite Liste länger ist, denn du bist viel zu kritisch mit dir selbst. Warum gehst du so bescheiden mit dir um? Das genau musst du ändern. Deine Devise für September lautet, lerne dankbar zu sein. Dankbar zu dir selbst und dass es dich gibt. Als letztes nun die Fische. Engel Barchiel hat folgende Botschaft für dich. Du wirst täglich von der Erde beschenkt. Sie versorgt dich mit Luft und du kannst atmen. Und so kannst du leben. Sie gibt dir Nahrung, was du zu dir nimmst. Denk an die Bauern, die dafür sorgen. Sie sorgen dafür, dass du mit Gemüse, Obst und mit allem anderen versorgt bist und essen kannst. Denk an die Sonne, die dich dafür und die dafür sorgt, alles andere wachsen lassen zu können. Wenn dir das bewusst wird, kannst du verstehen und dankbar sein, weil man dich täglich damit versorgt. Deine Devise ist, übe dich in Dankbarkeit. Denn das macht dich stark. So, meine Lieben, das waren die Engelbotschaften für den Monat September. Und ich hoffe, dass sie für euch informativ und euch auch gut begleiten werden. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Eure Deria